Ich hoffe, ich wege hier nicht die Nachbarn auf. Hallo Leute, was geht? Dalli Gaming hier und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben es gerade mal 22.52 Uhr und ich komme einfach nicht mehr richtig zu Videos zu machen. Äh, gut Deutsch. Ich komme einfach nicht mehr dazu, Videos zu machen. Da ich einfach um 8 Uhr erst Feierabend habe, 9 Uhr circa dann hier zu Hause bin, beziehungsweise esse und so, mich ein bisschen entspanne, weil Arbeiten 8 Stunden ist halt nicht so wie Schule, dass man danach sofort noch Energie hat. Ich bin 8 Stunden woanders und kann mein Hobby nicht machen. Aber egal, auf jeden Fall Leute, möchte ich hier nicht rumheulen oder irgendwie sowas. Ich möchte für euch jeden Tag ein Video bringen. Ich muss leider schon wieder ein Reaction-Video machen, denn ich nehme jetzt abends auf, damit ich das heute noch bearbeiten kann, damit ich dann morgen früh, weil ich erst um 12 Uhr arbeite, dass ich morgen früh was aufnehmen kann für den nächsten Tag. Mittags kann ich halt was anderes aufnehmen als so ein Reaction-Video. Da kann ich halt richtig laut sein und alles mögliche. Gut Leute, aber genug geredet. Wir gucken uns heute natürlich wieder ein Best-Off an von mir. Das Best-Off ist von Destry HD. Mini-Best-Off für Dali Gaming. 1 Minute 42, kann man sich auf jeden Fall geben, vor 7 Monaten. Okay, das habe ich mir anscheinend schon angeguckt. Geliked habe ich es auch schon, kommentiert habe ich es auch schon. Okay. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung mehr, was das für ein Video war. Das kam 16.12.2016. Ich habe es kommentiert vor 7 Monaten. Also vor 7 Monaten habe ich es mir angesehen. Da gab es dieses Projekt noch nicht und deswegen, ja, gucken wir uns das jetzt einfach mal an. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr, was das für ein Best-Off war. Aber naja, egal. Leute, wenn ich irgendwie jetzt nicht so motiviert rüberkomme oder irgendwas anderes, bitte nehmt mir das nicht übel. Denn ich habe 8 Stunden Arbeit hinter mir und würde am liebsten jetzt nur Videos schneiden. So aufnehmen, so am Abend ist irgendwie nicht mein Ding. Und wenn ihr die Freunde, worauf es geht, ich bin es wieder euer Adessa, den heute mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, dieses ist ein Best-Off für Dali Gaming. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und ja, dann seht euch das echt an. Ja, moin Leute, zu was geht hier rüber bei Dali Gaming. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder mit Kettel. Ja, moin Leute, zu was geht hier rüber bei Dali Gaming. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr guckt das Video zu Ende. Man soll sich entspannen, man soll ein Eis essen, man soll Fernsehen gucken, man soll wegfahren, man soll Urlaub machen, man soll irgendwie Party machen, man soll alles mögliche. Oder man soll... Nein. Dali Gaming, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Zum Thema, wir haben 22 Uhr 52, 22 Uhr 53, wer weiß, alter ist das hier laut. Ich hoffe, ich wecke hier nicht die Nachbarn auf. Ich hab mich gefunden. Wie ich hier anspricht, oh Gott, ich bin vergiftet. Wie konntest du es wagen, mich zu vergiften? R2, D2. Wie konntest du es wagen? Kombo. Yes, correct. Und noch den, und noch den, und noch den. Nein. Der nächste Kommentar kommt von Fraser HD. Hashtag KKK. Hab gehört, dass es einen Zwillingsbruder von dir gibt, oder? Nein. Nein. Scheiße. Bruder. Jo Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst auf jeden Fall meine Bewertung in den Kommentaren. Ich weiß, das war jetzt nicht das beste Best-Off, das war ein ziemlich kleines, aber ich konnte irgendwie keine anderen Videos mehr downloaden. Ich weiß nicht, es hat irgendwie gespackt, mein Handy. Ich werde irgendwann wahrscheinlich nochmal einen Remake von diesem Dali Gaming Best-Off machen. Guckt auf jeden Fall bei ihm vorbei, lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, Leute. Ja, auf jeden Fall danke für das Best-Off. Ich hab's ja auch schon kommentiert mit Danke und ich wurde, nicht verlinkt, aber er hat geschrieben mit Liebe für dich gemacht. Dali, 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 ihn abonnieren. Ja, so kann man's natürlich auch machen. Ja, danke auf jeden Fall Best-Triade nochmal für das Best-Off. Bei wie vielen Minuten sind wir? Vier Minuten noch was. Ich muss das bis morgen fertig machen. Das heißt, ich hab jetzt ein paar Minuten fertig zu machen, dann ich muss nachher noch was anderes machen, was auch noch mit YouTube in Verbindung ist. So, Freunde, ich würde jetzt einfach mal sagen, das war's mit diesem Video. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, über einen Daumen nach oben. Schaut bei ihm vorbei, wenn ihr Bock habt. Und Leute, es tut mir leid, dass das Video so kurz ist, aber ich hab einfach massiven Zeitdruck gerade. Ich möchte euch einfach jeden Tag unterhalten, also sorry. Morgen kann ich auf jeden Fall, also morgen früh, nehm ich auf jeden Fall was auf, dass ich was für den nächsten Tag hab. Das heißt, ich kann abends auch wieder was aufnehmen. Das heißt, ich kann bessere Videos machen. Beziehungsweise vielleicht dann halt nur eins, wenn ich das besser mache. Ich weiß nicht, mal gucken, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall versuchen, bis Freitag jeden Tag ein Video rauszubringen. Und Samstag und Sonntag hab ich sowieso frei. Und da kann man auf jeden Fall wieder was Besseres machen, wie zum Beispiel was an der Konsole. Und ja, zum Beispiel morgen früh kann ich auch was an der Konsole machen. Versteht sich von selbst, oder? So, Leute, das war's. Haut rein. Ciao!